Wenn du ein neues Projekt startest, dann wirst du in der Regel immer nach der Framerate gefragt, ob du die ändern möchtest etc. pp. Das bedeutet, wenn du regelmäßig 4K-Videos schneidest mit 60 Bildern pro Sekunde, musst du jedes Mal das gleiche einstellen. Das bedeutet am Anfang neues Projekt anlegen, dann gehst du hier unten rechts auf dieses Zahnrad, auf die Projekteinstellungen. Alternativ kannst du das Ganze auch über Datei und Projekteinstellungen bzw. Shift und 9 aufrufen. Dann musst du hier einmal deine Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel UHD, um das Ganze irgendwie einigermaßen in 4K hinzubekommen und das Ganze auf 30 oder 60 Bilder pro Sekunde einstellen, wie du es auf immer benötigst. Die Video Monitoring hier, also die Auflösung ist übrigens nur, wenn du tatsächlich noch mehrere Monitore hast oder einen weiteren externen Monitor, wo dann die Video Auflösung drauf erscheint. Hast du also nur einen Monitor, brauchst du hier nichts verändern. Dann gehst du typischerweise auf Speichern und kannst mit deinem Projekt loslegen. Diesen Schritt kannst du allerdings überspringen bzw. das Ganze etwas schneller machen und in diesem Video zeige ich dir, wie. Die erste Möglichkeit wäre, dass du dir jetzt alles einstellst, so wie ich das gerade gemacht habe, also in die Projekteinstellungen reingehst, alles einstellst und sagst Speichern. Dann startet ihr sozusagen das Projekt, aber du ziehst noch keine Dateien rein. Dann gehst du auf Datei und sagst Projekt exportieren. Dann kannst du das Teil noch benennen und das Ganze exportieren. Jetzt zum Beispiel 4K Video 60 Frames per Second und gehst auf Speichern. So, dann kannst du das irgendwo speichern, wo du möchtest, zum Beispiel auf dem Desktop oder ähnliches. Auf dem Desktop hast du dann so eine Datei hier. Und jetzt ist folgendes. Wenn du DaVinci Resolve geschlossen hast, kannst du diese Datei öffnen. Ja, also diese Datei hier kannst du öffnen über einen Doppelklick. Dann öffnet sich DaVinci Resolve und fragt dich nach einem eindeutigen Projektnamen. Hier steht automatisch schon Kopie von 4K Video und so weiter. Hier kann ich jetzt zum Beispiel direkt den Namen fürs neue Projekt eingeben. YouTube Video. Neu. Und sage OK. Dann steht hier Projekt wird importiert und fertig. Jetzt kann ich hier direkt meine Dateien reinziehen, die ich benötige. Wenn ich jetzt allerdings einmal in die Projekteinstellungen reingehe, dann sehen wir, dass die Projekteinstellungen natürlich übernommen sind. Das heißt, ich habe hier meine Timeline-Auflösung und auch die Timeline-Frame-Rate. Wenn du jetzt diese Shortcuts nicht irgendwo haben möchtest auf dem Desktop oder ähnliches, kannst du auch noch die zweite Möglichkeit wählen. Und zwar geht das über den Projektmanager. Und hier kannst du im Prinzip das Gleiche machen, weil hier ist ja dein Projekt noch angelegt. Hier habe ich ja ein Projekt angelegt, hier habe ich ein Projekt angelegt. So, und jetzt kannst du natürlich dann einfach beigehen und sagen, dieses Projekt wählst du an und drückst zum Beispiel Command und C oder Steuerung und C und kopierst das. Und dann direkt Command und V beziehungsweise Steuerung und V und fügst das hier als Kopie ein. Und das ist jetzt hier das neue Projekt Copy. Kleiner Nachteil, es ist natürlich jetzt einfach so benannt, wie es benannt ist. Du kannst es noch umbenennen, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Alternative, wenn du diese Icons nicht auf dem Desktop irgendwo haben willst. Und hier kannst du genauso diese Kopie einfach öffnen und auch hier, wenn du in die Einstellungen reingehst, siehst du direkt die vorher festgelegten Einstellungen. So kannst du das natürlich mit verschiedenen Projekteinstellungen machen. Du kannst natürlich auch die anderen Projekteinstellungen verändern, also weitere Einstellungen, wie hier zum Beispiel tatsächlich dieses Video Monitoring oder die Auflösung von den Proxys und so weiter und so fort. Also alle Projekteinstellungen kannst du dann sozusagen exportieren und dann auch übernehmen fürs neue Projekt. Das geht natürlich für sämtliche andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn du in HD aufnehmen willst mit 30 Bildern pro Sekunde und und und. Ich hoffe, dir konnte dieses kleine Tutorial weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.